Hier sieht man dann die Tour, was die Mein Schiff fährt. Dubai mit Parallel, mit Muscat. Hier sind wir auf Deck 5. Hier gegenüber ist das Richards. Und hier seht ihr direkt die Rezeption. Und rechts und links hier ist immer Ausgang, Landgang. Oder wenn man einfach so raus will. Danke, everybody.